Herzlich Willkommen bei unserem neuen Lost Place Video. Heute zeigen wir euch die verlassene Lkw-Waschhalle. Wie ihr seht, ist das Gebäude hier menschenleer. Wie ihr seht, ist das Gebäude hier. 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 Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns, schreibt in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt für Lost Places, schreibt es auch in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.